vor über zwei monaten habe ich bei colibri bestellt und möchte jetzt so als erstes produkt aus dieser bestellung eben den purifine geläser vorstellen den fand ich interessant weil er eben variabel einsetzbar ist wie ich mit dem produkt zurecht gekommen bin das erzähle ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und ich teste hier auf dem kanal ja auch hochwertige kosmetik hochwertig nicht in form des geldes sondern kosmetik unternehmen die eben sich ein bisschen mehr gedanken machen die nicht nur auf profit aus sind und colibri ist ohne marke colibri ist mir früher begegnet als ich noch dinge gemacht hat mit meiner haut die vielleicht nicht so gut sind und derma roller das kann ich gut aber wer den derma roller verwendet der sollte ja nach möglichkeiten irgendwas reizfreies aufs gesicht packen und da habe ich mich dann so ein bisschen bei amazon so ein bisschen durch das angebot gekostet und da bin ich dann auch auf colibri gekommen dass mein erster kontakt mit colibri gewesen damals war mal gedacht so artisch zwar schon teuer aber interessant fand ich schon und das war halt immer die hyaluron sache sie haben einen hyaluron booster jetzt rausgebracht den habe ich persönlich nicht kommt gar nicht mehr nach und testen hier ich habe bei meiner letzten bestellung eben 150 euro in die hand genommen und ich habe es nicht bereut mein liebstes produkt es ist echt interessant also es wechselt immer die ganze zeit ganz am anfang war es so dass ich mich unwahrscheinlich in das produkt hier verliebt hatte weil es eben variabel einsetzbar ist ich habe bei leon gesehen dass er den purifying gel cleanser eben auch auf dem kopf angewendet hat und habe ich mir gedacht hey moment mal das test ich mal auch aus denn ich habe probleme mit meiner kopfhaut ich habe da einfach aus hormonellen gründen ein ungleichgewicht auf der kopfhaut dass ich sehr schnell fettige haare habe und schuppen und also weniger eine richtig trockene haut mehr ist es bei mir ebenso die schuppen durch ungleichgewicht auf der kopfhaut und ich suche tatsächlich nach einer gescheiten serie für die kopfhaut finde aber überhaupt nichts das ist so schade und die sachen sind ja unparfümiert was echt wichtig ist gerade wenn du irgendwie zu schwierigkeiten hast und hier ist bha enthalten aber nicht in einer stärke von ph wert dass es dir gleich alles weg jetzt sondern das ist schön leicht es ist schön beruhigend es entfernt dein teig und ich war echt so die ersten male also ich muss immer bei so einem produkt erst mal auch eine weile lang warten weil am anfang bist du so gehypt von der neuen sache dass du gar nicht irgendwie so abschätzen kannst es wirklich so gut nach über vier wochen kannst du dann auch wirklich beurteilen weil deine haut sich dann auch umgestellt hat ob die sache auch richtig cola sie funktioniert bei mir auf dem kopf genauso gut wie im gesicht aber auch unter den achseln vor allem ich werde ab und zu mal darauf angesprochen ob ich was empfehlen kann gerade rasurpückelchen und so da ist es genau die richtige sache das ist halt nicht zu aggressiv das ist schön leicht eben bha und richtig toll ich wenn es nicht regelmäßig an weil auch der hersteller sagt mit diesem produkt bekommt zum beispiel am abend dein wasser feste dann wasser festen spf nicht runter na also ich verwende wenn dann am morgen wenn ich so das bedürfnis habe so ein bisschen so ein kick ins gesicht zu bekommen am abend verwende ich den definitiv schon mal nicht jemand der da jetzt nicht so hundertprozentig darauf achtet und keinen wasser festen spf verwendet er kommt dann richtig gut zurechtig aber ich hab's auch schon abends angewendet und war richtig cool damit der ist leider bei mir schon fast leer weil ich hab ihn echt so wie ich gesagt habe ich hab ihn selbst geliebt bei so produkten gehen die eben säuren enthalten ist es wichtig dass man da auf dem ph wert guckt und hier liegt da zwischen vier und fünf gibt zumindest der hersteller an deswegen fehlt die sache nicht so möglich und das kommt hat eben auf der kopfhaut richtig gut also ich hab immer so ein bisschen so ein jucken auf der kopf hat wenn ich das hier anwende kein jucken kein jucken auch habe ich so schwierige stellen am körper wo ich halt immer wieder so rötungen habe und so und da funktioniert der hat auch eben unwahrscheinlich gut auch der hersteller gibt an das kann man unwahrscheinlich gut als duschgel verwenden mit 20 euro ist die geschichte natürlich auch nicht ganz günstig aber das ist wirklich so eine sache die man sich ab und zu mal leisten kann einen kleinen minuten punkt habe ich und den habe ich jetzt gerade eben erst festgestellt die tube ist bei mir nicht dicht die lag bei mir jetzt eine zeit lang für ein foto lag die bei mir hier auf norddecke und das hat echt eine kleine savorei veranstaltet ich hoffe dass nicht jede packung so was wenn du jetzt zum wasch mit diesem ding hier in urlaub gehst und das schon aufgemacht hast dann hast du vielleicht im koffer dann eine richtige sauerei was natürlich wiederum nicht ganz so cool ist ich hoffe wie gesagt die anderen produkte sind ein bisschen dichter und laufen nicht aus ich habe das produkte müssen wir gucken bei colibri ich habe das produkt in einem set zusammen gekauft und in einem set sind die produkte immer noch ein ticken günstiger also es hat sich für mich ohne weiteres gelohnt ich habe das also ich werde den bis zum ende lieben ich habe eher so ein bisschen die tendenz schon wieder da muss ich mich selber an den ohren ziehen weil jedes produkt geht auch irgendwann mal kaputt wenn gute wirkstoffe drin sind und hier gibt eben der hersteller sechs monate an dass man eben die sachen auch verwendet dass sie eben leer gehen aber ich glaube ein paar mal dann ist es so oder so bei mir wirklich leer also es ist gerade bei uns frauen wenn es warm ist dekolleté bereich eine gute sache überall da wo du halt ebenso leicht zu pickelchen neigen kannst verwende das ding du wirst eine helle freude damit haben ohne wird weil es ist halt wirklich so eine sache du brauchst duftstoffe nicht braucht sie nicht im gesicht du brauchst sie nicht am körper und wenn du schon irgendwelche hautprobleme hast dann solltest du sie so oder so weglassen und bha ist einfach eine wunderbare sache die ich in diversen ja helferlein im alltag einfach immer noch vermisst er gerade das shampoo betrifft das hat einfach eine tolle sache eben was mit bha zu haben weil das einfach unwahrscheinlich toll wirksam aus vielleicht kommt noch vielleicht macht die industrie auf aber bis dahin ist cool wie einfach die gute haltestelle und das könnt ihr ohne weiteres eben auch am kopf anwenden und im gesicht ist es halt einfach eine tolle sache merkt euch wenn ihr geschminkt seid kriegt ihr eure kosmetik damit nicht wirklich runter da würde ich noch mal irgendwie mit einem ölglänzer drüber gehen aber es hat immer so eine sache eine doppelte glänzgeschichte ist für die haut nicht so toll also da würde ich immer gleich zu einem öl greifen und das eben zu zeiten verwenden wenn man nicht geschminkt ist gerade morgens ist es einfach eine perfekte sache kennst du dieses produkt hast du andere erfahrungen mit dem produkt gemacht schreibt es gerne unten in die kommentare das ist wichtig dass eben der zuschauer sieht es gibt da unterschiedliche meinungen und jede haut ist anders und jede haut macht da auch andere erfahrungen ab in die kommentare ich melde mich an der stelle wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten gibt mir gerne einen daumen nach oben und wie schon erwähnt hinterlassenen kommentar ich sage danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal tschüss und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss Priorsagen bis zum nächsten mal tschüss so dann